Hallo und Willkommen zur finalen Schlacht. Kaito, meine Wenigkeit und... Dimensio 100! ... gegen den Endboss der Subraum-Emissäre. Auf geht's! Endlich immer angekommen! So, und jetzt musst du in die Richtung gehen, zur Tür. Wie du durch die Tür gehen würdest. Ach so. Genau. Gehen wir nämlich auf dieses Tor zu. Jetzt bin ich mal gespannt. Tabu heißt der, glaube ich. Ja. Also nicht wieder Spiele, sondern... ...bisschen anders geschrieben, glaube ich. Ja, T-A-A-A. Aber da kommt... ...einer meiner Lieblingscharakteren... ...als Helfer noch dazu. Es ist... ...Sonic! Baby! Er hat mal die Flügel kaputt gemacht, damit er nicht mehr abgehen kann. Ja, ja, aber nicht Pikachu, ne? Pikachu nicht? Scheiße. Das müssen wir aber eigentlich können. Ja. Ich will auf jeden Fall Sonic. Ich bin der Clement Watch und... ...sag du welche. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall richtig starke und ihnen eine Menge Treffer aushalten. Ich würde Lucario vorschlagen. Und für dich vielleicht noch Donkey Kong. Wenn du mit dem gut kämpfen kannst. Ja. Ja. Und dann noch zwei. Hm... Ich würde... ...zwei nehmen, die fliegen können, vielleicht. Du kannst noch mit Kirby gut spielen, nicht? Ja. Der Kirby noch und... ...Metanite. Metanite ist besser. Ja. Ich kann doch gar sechs wählen. Ah ja. Ja, ich bin ja auch einer. Tabu! Geiler! Vorsicht, der hat eine Menge fieser... Achtung! Ausweichen! Oh! Oh! Wir haben ihn ja auch leicht gestellt. Ja, das heißt noch lange nicht, dass er leicht ist. Achtung! Oh! 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 Boah, der teleportiert sich mir immer viel zu viel. Ja. Achtung! Schutz! Was macht er? Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ja, die Attacke kann man nicht überstehen. Ah, ich hoffe, ich bin Donkey Kong. Ah, scheiße. Den kann ich überhaupt nicht spielen. Dito! Achtung! Spring! Achtung! Der letzte Boss! Der ist echt heftig! Sei dir! Selbst auf live! Achtung! Hoch springen! Schnell! Der macht einen Strahl! Scheiße! Ich kann mit Donkey Kong überhaupt nicht springen! Ich bin ja hoch gesprungen! Ich bin ja hoch gesprungen! Nicht schnell genug! Oh, jetzt macht er Augenstrahlen! Kita, bloß weg! Ja! Hasenohren! Achtung! Gespräch! Oh, nein! Schon wieder! Schon der Heftigste hier, ne? Natürlich! Das wäre ja auch nicht der Endboss! Ja! Komm schon mit der Neid! Boah, er hätte aber noch viel! Ja! Du wärst aber noch da gewesen! Naja! Das bringt aber leider nichts, wenn ich nur Spieler 2 bin! Wenn ich Pikachu wäre, wäre es viel einfacher! Na, wir hätten Pikachu voreinsammeln müssen! Im Labyrinth irgendwo! Wenn ich dazu brauche, weißäre! Dein Schatten auch! So, ne? Will ich hoffen! Oh! Ah! Ich komm nicht mehr dran! Warum muss ich eigentlich immer dieser Scheißcharakter sein? Du hast sie dir selber rausgesucht! Nein! Du hast ja sein Lucario hier! Lucario ist auch gut gegen ihn! Könnte ich mit ihm kämpfen? Auch Scheiße! Ich bin schon wieder! Scheiße! Die Attacke übersteht man nur, wenn man kaum Prozent hat! Jetzt bin ich schon wieder Donkey Kong! Achtung! Oh! Unten bleiben! Unten bleiben! Oh! Oh oh! Ah! Ich bin wieder weg! Bist wenigstens Kirby jetzt wieder! Jetzt haben wir wieder einen Charakter! Und wieder weniger! Ja! Der teleportiert sich für mich immer viel zu viel! Ja! Das ist das Problem mit dem Pony! Ja! Die kippt auf die Fresse! Und zwar genau wie du vor mir stehst! Ah! Nein 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 nein! Verdammter Donkey Kong! Ich kann mit diesem Mist finish spielen! Ah! 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 Scheiße ey! Ah! 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 Toll! Wenn ich nicht immer Lucario bin! Immer erst mal! Dann rekt nicht immer als erstes! Ne! Wir haben keine andere Wahl! Wir müssen also... Bist du dran gegen ihn Lucario am Anfang? Weil Sonic immer besser ist gegen ihn zum Anfang zu kämpfen! Ach so wie Sonic, ne? Das wird ein harter Kampf ey! Mehr für uns als für ihn! Dann stell dir jetzt mal vor wir hätten den auf schwer gestellt! Auf heftig stell dir das mal vor! Boah! Die waren doch auch schwer vorher, oder? Ja! Schwer! Nein nein nein! Ich kann hier nicht mehr hoch! Wo kommt doch die Stage nicht durch! Ich bin wieder Lucario wahrscheinlich! Ja! Wahrscheinlich! Weil du als erster gestorben bist! Ich kann mit Lucario halt nicht spielen! Ich kann mit Lucario halt nicht spielen! Donkey Kong könnte ich besser spielen! Ja! Tito! Achtung! Ducken! Oh! Wie kommst du denn mit Pikachu? Mit Pikachu muss ich ihn hier natürlich immer als erstes! Ja! Und wie komm ich jetzt hier wieder dran! Ja! Ja! Und wie komm ich jetzt hier wieder dran! Ja! Ich bin nämlich noch fast! Nein 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 nein! Oh! Scheiße ey! Den schaffen wir nicht ey! Komm schon, Meita nein! Wo bleibst du? Nein ey! Was ist das immer von einer verfickten Attacke ey! Wie Peitsche? Keine Ahnung! Wenn ich nicht immer Lucario als zweites bin, dann schaffen wir es nicht! Wenn ich immer der bin! Ja du wirst anders legen müssen, weil du verrickst ja immer als erstes! Der hätte dich ganz rausgekommen ey! Ich hätte ihn gar nicht reingekommen! Achtung! Die falsche wieder! Ja, das stimmt ja nicht! Was ist das immer von einer Attacke? Achtung! Achtung! Was ist das immer von einer Attacke? Du bist aber nicht gestorben irgendwie! Ja! Wegen... Metallpanzer! Toll! Schon wieder weg! Ja, wir haben schon keine Chance mehr! Scheiße! Ja! Jetzt bist du wenigstens lange gekommen! Weil die Märchen werden immer gerne als zweites! Ja, das geht hier am einfachsten natürlich mit Mr. Game & Watch und sowas bei Kirby! Aber was? Die habe ich nicht geworfen! Ach toll! Pikachu wäre ja so einfach ey! Ich habe dir gesagt, wir hätten Pikachu noch einsammeln sollen! Aber du wolltest da ja durchlatschen durch das Dingens! Scheiße! Das schaue ich doch sowieso nicht, oder? Na ja, zu viel Leben! Ich weiß nicht, was ich da machen wollte! Parteilegung schuld! Lass andere Charaktere nehmen! Die sind scheiße Charaktere! Immer so Gario immer weniger als zweites! Dann müssen wir jetzt abbrechen! Wieso? Wie lange Zeit ist denn noch? Noch 5 Minuten! Da schaffen wir in 5 Minuten nicht mehr! Und wenn du jetzt versuchst erneut mach, dann starten wir wieder als die Charaktere! Toll! Ja, dann... Dann müssen wir jetzt kurz beenden und wählen erstmal neue Charaktere und wählen uns dann wieder! Um hoffentlich Tabu dann zu besiegen! Bis zum nächsten Mal! Jo! Ciao!